Hallo, mein Name ist Dominik Neis von Küchenhausfried in Eppingen. Wir sind heute hier in Schweigern bei der Familie Hallner. Und die Familie Hallner hat dieses Jahr eine ganz, ganz schöne Küche von uns bekommen. Und die möchten wir euch heute gerne mal zeigen. Also wir sind rein zufällig am Küchenhausfried vorbeigefahren, haben uns spontan entschieden, da einzukehren. Und das war eigentlich die beste Entscheidung für unsere Küche. Es wurde alles perfekt umgesetzt nach unseren Vorstellungen. Es wurde überdurchschnittlich mit uns hier alles erarbeitet. Und es ist eine perfekte Küche geworden. Also erstens mal ist der Industrie-Style super. Das offene Raumgefühl. Und ein besonderes Highlight ist auch wirklich, die Küche geht über ins Esszimmer. Und die Schrankwand geht quasi durch. Hier ist wirklich jeder Meter optimal genutzt worden. Auch die Wohnzimmerwand haben wir entdeckt im Küchenstudio Fried. Total unerwartet. Wir waren total geflasht. Hat uns voll gefallen. Und bevor wir die Küche ausgesucht hatten, wussten wir auch, diese Wohnwand möchten wir haben. Wir können das Küchenhaus Fried wärmstens und von ganzem Herzen empfehlen, weil unser Traum in Form vom Wohnkonzept ist komplett erfüllt worden. Und wenn Sie eine Traumküche oder auch eine tolle Wohnwand suchen, wenden Sie sich ans Küchenhaus Fried in Eppingen. Und wenn Sie eine Traumküche oder auch ein paar Minuten haben, Vielen Dank.